Salam aus Esauira. Nicht in der Stadt sind wir gelandet, sondern zwei Kilometer davor, sodass ich einen gewissen Anlauf entlang der Küste hatte. Die Bucht musste wieder überwunden werden, aber sehr schön zu laufen. Das ist die Bucht. Es kann auch fallen uns today. Nach zwei Kilometern erreichte ich dann das Stadttor. Ich bin gespannt auf was mich erwarten würde, denn die Stadt kenne ich noch nicht. Also eine Art Blindflug überall entlang. Sich nicht verirren ist eine Herausforderung. Die Geschäfte sind noch zu, die Menschen sind noch verschlafen, aber das macht den Reiz dieser frühen Leute immer aus. Sie schiaiv gar nicht. Englでも aufthof, mit überflürt Enterprise. Super. Das ist das nochmal auf die Welt. Das war's für heute. Let's go! Die Hälfte ist geschafft. Noch Brichzeit 20 Minuten 11 Sekunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 6 Minuten 44 Sekunden pro Kilometer. Die Hälfte ist geschafft. 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 Die Hälfte ist geschafft.